Hi, ihr seid hier bei Tina, The Rock Legend, das Musical, und ich darf euch heute den Cast vorstellen. Auf geht's! Hallo, mein Name ist Sonja Strong und ich habe die Stage, Direktion und Filmproduktion auf Brick Every Rule, Tina, The Rock Legend. Ich fokuse auf einem vollen Spektrum von Multimedia, um zu erzählen zu Tina, die Geschichte zu erzählen. Hallo! Ich bin Jasmin und ich bin Beri. Und wir sind die Background-Sänger von Tina & Turner, das Musical! Danke! Mein Name ist Michael Durkin und die Firma ist GFD Promotions. Wir sind hier in Irlande und wir produzieren Shows für den internationalen Markt. Ich bin der CEO der Firma und ich arbeite mit den Direktoren, den Choreografern, den Musikerarrangern, mit den Casten, mit den internationalen Promotoren. Hallo, ich bin Daniel und bin auch dabei bei der Tina & Turner Show. Also, kommt vorbei! Hallo, mein Name ist Paul, ich bin der Spiel-Saxophon in der Tina & Turner Musical. Hallo, ich bin Toni und ich spiele das Schlagzeug in der Show. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Daisy. Ich bin die Tour-Managerin von Tina, The Rock Legend, das Musical. Hallo, ich bin Tobi und bin der Gitarrist in der Show. Hallo, ich bin Rocco, ich bin der musikalische Leiter und ich spiele die Keywords in der Show. Hi, ich bin Stefanie. Ich bin die Bassistin im Musical Tina, The Rock Legend. Hallo, ich bin Sophie. Ich bin die Tour-Assistentin von Tina's Musical. Not push! Not push! Not push! Not push! One last time! My name is Tess D. Smith. D as in dynamite, so you gotta be ready for that, alright? So, I will be your Tina. I hope to see you around in one of the cities that I will be visiting. Beautiful. The spirit is good among the band, the dancers, the director, the choreographer. From each and every member of the group, I would say, there's peace. And it's a good thing to work with each other, so thank you, Lord. Alright? I have to fix myself. Hi, I'm Diane and I'm the choreographer. My three dancers are incredible. Hallo, meine Name ist Helena. Ich bin eine Tänzerin. Hallo, meine Name ist Pippa. Ich bin eine Tänzerin. Hallo, meine Name ist Joel. Ich bin eine Tänzerin. Hello everybody, we're here in LTI, which is a big production company here in Germany, near Dresden. We're doing some pre-production stuff, we're running the show a couple of times, no costumes, just getting all the tech stuff ready here. Extremely blessed to have worked on this project. The entire cast and crew are absolutely superb. The talent that oozes out of everybody is just amazing. You